Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück bei Bergmanns Woche. Ich bin unzufrieden mit meinem Kanal, ich bin unzufrieden mit meinen YouTube-Videos, ich bin komplett kreativlos. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, was das alles zu bedeuten hat. Reden wir nach dem Intro drüber. Viel Spaß damit. So meine lieben Freunde, da sind wir wieder. Das Intro zeigt eine Szene, die ich mit der Drohne gedreht habe und ich möchte euch sagen, ich habe dafür 30 Minuten Zeit investiert, habe 15 Minuten Videomaterial gesammelt, also eine Akkuladung meiner Drohne und alles, was aus diesem ganzen Schrottmaterial am Schluss noch übrig war, sind 30 Sekunden, das heißt, ich konnte es gerade mal für ein Intro nutzen, weil es nämlich auch sonst vollkommen konzeptlos und ohne Zusammenhang einfach nur irgendeine Videosequenz war. Und das passt natürlich nicht zu einem Vlog. Ein Vlog ist eigentlich dafür da, irgendetwas zu erleben, irgendetwas zu machen, zu sagen, wir gehen jetzt Kuchen essen, wir gehen jetzt auf den Geburtstag, wir gehen jetzt schwimmen, wir gehen jetzt dorthin und dann nimmt man die Kamera und schleppt die permanent mit sich und zeigt, wie man von A nach B kommt, zeigt dieses Zeug, was man da jetzt gleich unternimmt und zwischendrin hat man eben coole B-Roll-Sequenzen. Das sind dann die, die man meist in Slowmotion zeigt, die so ein bisschen unterstützend zu dem normalen Filmmaterial zeigen, was man gerade macht oder wie man von zu Hause zu dieser Location kommt und dann an dieser Location weiter vloggt, also wieder die Kamera in die Hand nimmt und so rein spricht, wie ich das jetzt mache, die Kamera vor sich haltend. Das sind keine Vlogs, die ich mache momentan, das sind einzelne Videosequenzen, die ich zusammen packe und am Wochenende stelle ich mich hin und sage, okay, hier habe ich das gemacht, hier habe ich das gemacht, hier habe ich das gemacht, packe das alles zusammen, fertig, Video, online stellen. Ne, das ist nicht das Konzept, was ich gerne hätte. Ich habe mir in den letzten Wochen unglaublich viel Videomaterial angeschaut auf YouTube, habe mir unheimlich viele Tipps abgeholt, aber vergesse zum Beispiel jedes Mal bei den Aufnahmen die Kameratechniken, die ich gelernt habe, auch anzuwenden. Da muss man nämlich auch mal zum Beispiel die Kamera nehmen und muss nach links raus switchen und dann in die nächste Szene von links wieder rein switchen oder von rechts. Ist ja auch egal, ihr wisst schon, was ich meine. Wenn man das nicht macht, dann kann ich das später im Schneideprogramm natürlich auch nicht anwenden, logisch. Oder auch mal die Kamera nach oben hin aus dem Bild gleiten lassen und in einer anderen Location dann von unten wieder ins Bild rein. Das sieht dann mega geil aus, aber wie gesagt, wenn man nicht dran denkt und das nicht macht, dann bringt es mir auch alles nichts. Ich habe mir viele Videos angeschaut, wie man mit der Drohne besser fliegt, coolere Aufnahmen macht. Das soll ja auch so ein bisschen mein Video unterstützen. Das soll B-Roll-Aufnahmen liefern und ja, auch da ist es so. Ich fliege eine Viertelstunde und am Schluss merke ich, okay, hier ist die Drohne mal kurz gewackelt, bevor sie weiter geflogen ist, kann ich nicht verwenden. Diese Wackler schneide ich raus. Dann ergibt dieses ganze Ding keinen Sinn mehr, kein Konzept mehr. Dann passt alles nicht mehr zusammen und am Schluss hast du nur noch Schrott. Also, ich weiß es nicht. Ich kriege auch auf meine Videos kein Feedback von euch jetzt, von den Zuschauern. Das heißt, ich muss mich auf die nackten Zahlen verlassen und die sprechen dann ganz deutlich Sprache, nämlich dass meine Videos scheiße sind. Ich hatte früher 150 bis 200 Klicks auf meine Videos, also Zuschauer, Leute, die meine Videos angeschaut haben. Heute kommen wir mit 60, vielleicht 70 innerhalb einer Woche. Das zeigt eigentlich ganz deutlich, dass euch das auch nicht gefällt, dass ihr auch unzufrieden seid mit dem neuen Stil, mit dem neuen Konzept oder vielleicht langweilige ich euch mit meinen Themen, die ich habe. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt natürlich ja auch, wie ich das schon tausendmal gesagt habe, kein Superstar, der irgendwelche Helikopterflüge jedes Wochenende macht oder in Kuala Lumpur oder in Thailand oder in Venedig irgendwelche geilen Sachen zeigen kann. Nö, ich bin einfach der Bergmann aus Südhessen, der jeden Tag arbeiten gehen muss für sein Geld. Dennoch haben wir diese Woche natürlich ein paar Sachen erlebt. Mein Patenkind hatte zum Beispiel 11. Geburtstag. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Viel habe ich nicht gefilmt, weil ich da auch wieder total kreativlos bin. Ich bin so sehr am überlegen, wie ich meine Videos besser machen kann, dass ich die ganze Woche über so viel überlegt habe, dass ich vergessen habe, dabei noch ein bisschen was zu filmen. Aber trotzdem zeige ich euch die, weiß ich nicht, 10 Sekunden von dem Geburtstag oder so. Viel Spaß. Ja, da bin ich wieder. Also das Wetter war natürlich fantastisch. Wir haben jetzt momentan so ein bisschen wechselhaft. Heute war jetzt auch ein super schöner Tag. Also heute, wenn ich das jetzt hier gerade aufnehme, ist vor dem Leichnam. Das heißt, wir hier in Hessen hatten einen Feiertag. Ich musste nicht arbeiten gehen. Super cooles Wetter. Heute Mittag war aber mal so zwei Minuten Regenschauer angesagt. Dann war aber sofort die Sonne wieder da. Aber es war halt alles nass. Gut, war ein bisschen blöd. Wir haben gestern und heute schön im Garten meiner Eltern Fußball gespielt. Und was sich da natürlich auch noch anbietet, ist der Swimmingpool. Von dem habe ich ja auch schon ein paar Mal was gezeigt oder zumindest von erzählt. In dem Fall war meine Tochter schon ganz fleißig in diesem Pool. Auch da habe ich ein bisschen was zu aufgenommen mit der Drohne. Da habe ich mal was ausprobiert, nämlich diese, ich glaube Helix heißt das, diese Funktion, dass man die Drohne einfach irgendwo an einem gewissen Punkt in die Luft stellt und ihr dann den Befehl gibt, sie soll jetzt ein Objekt anfokussieren, in dem Fall meine Tochter, und soll dann die ganze Zeit im Kreis fliegen, aber immer dieses Objekt im Mittelpunkt halten. Das heißt, sie ist die ganze Zeit durchs Schwimmbad hin und her geschwommen und die Kamera hat sie verfolgt und hat währenddessen noch quasi einen Rundflug gemacht. Habe ich einfach mal ausprobiert, möchte ich euch auch nicht vorenthalten, also viel Spaß. Am Ende bin ich übrigens dann auch nochmal ganz langsam an ihr vorbei und dann über die Dächer meiner Stadt geschossen. Hätte dabei fast noch die Antenne des ersten Hauses abgerissen, aber seht selbst. Ja, und ansonsten haben wir nicht viel erlebt. Ich werde jetzt erstmal mit der Ellie spazieren gehen. Dafür nehme ich euch mal mit. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich denke, das ist vielleicht auch ein paar Videosequenzen wert, also packt fest das Schuhwerk an. Wir können jetzt erstmal mit dem Hund Kacka mochen. Wir können jetzt erstmal mit dem Hund Kacka mochen. So, da sind wir wieder zurück. Ich habe einen Kaffee, wo habe ich meinen Kaffee hingestellt? Hier steht er. Er ist schon ein bisschen lauwarm, macht aber nichts. Heute ist froh ein Leichnam. Ich werde das heutige Video jetzt schon fertig schneiden. Werde es auch schon rennen, dann werde es auch schon auf YouTube hochstellen. Morgen ist Brückentag, ja, aber ich muss arbeiten. Ich habe morgen nicht frei. Ich werde bis 15 Uhr arbeiten. Wenn ich dann nach Hause komme, schnappe ich mir meinen Hund, packe sie ins Auto rein und düse los. Bin dann das Wochenende weg. Deswegen muss ich das Video eben heute schon fertig machen, fertig schneiden und vorbereiten, da ich dann sonst keine Zeit mehr habe, damit ihr hier Sonntag um 18 Uhr pünktlichst Bergmannswoche genießen könnt. Ich habe jetzt mal wieder ein bisschen schärfer gestellt an der Kamera. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt. Man sieht jetzt, glaube ich, wieder jede einzelne Hautpore. Ich glaube, das muss ich wieder ein bisschen wegmachen. Das ist, glaube ich, zu scharf eingestellt. Würde mich super freuen, wenn ihr mir auch mal in die Kommentare reinschreibt, was euch vielleicht früher besser gefallen hat. Haut in die Tasten, lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich entlasse euch jetzt in die kommende Woche. Es wird meine letzte Arbeitswoche sein vor den großen Sommerferien, an denen meine Kids dann bei mir sind. Was wir da alles erleben werden, werden wir sehen. Im nächsten Video gibt es dann nochmal den letzten Wochenrückblick auf meine Arbeitswelt, bevor wir dann in den verdienten Sommerurlaub starten. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.